Schnellert. Also, wir schmeißen jetzt was cooles in den See. Ey, hoffentlich hört man das in dem Video. Da ist der Schall jetzt noch... Okay, jetzt nicht mehr, aber übel lange anhält. So geil. Ja, cool. Das wars. Danke. Halter, was sind wir jetzt? Sind sie mir schon da? Dann müssen wir noch mal aufsteigen. Hast du das hier gemerkt, mal im Ernst? Scheiße, wie heißt das nochmal? Hauptstraße, glaub ich. Scheiße, wär das jetzt für Gewitzbänder Hauptstraße. Hauptstraße. Wenn das kommt, dann filmen wir's, okay? Und dann schneiden wir's ins Video. Ich, also du. Ich kann ausschneiden. Ich hab mich mal geschnitten. Ich hab mich immer gleich da mit so einer Fähre hin. Ich hab mich auch mal geschnitten. Ja, wirklich gut. Ja. Ich hab vorhin noch alles angerufen, da hat sie mir gesagt, dass du mir geschrieben hast. Ich hab ihr vorhin... Ja. Ja. Wir haben aber über was voll cooles geschrieben. Das, über das wir geschrieben haben, schreib ich dann als Kommentar unter dein Video. Und ja. Du wirst dich dann voll aufregen, dass du's jetzt noch nicht wusstest. Dass Lena zu Ari doch kommt. Alter, wär das geil. Hey Lena, was machst du denn hier? Warum hast du mir ihre Handynummer nicht geschickt? Ich hab dir gesagt, schick ich mir ihre Handynummer. Oh, soll ich sie jetzt sagen? Nee. Okay. Okay. Ich habe ein Probleme. Nein, das ist falsch! Wir filmen das dann insgesamt insgesamt! Du machst 4 mal du mach 3... Du hättest es filmen sollen! Alter Ich kam mit so einem Baum angelauff'n. Wer ist der Mann in der Beziehung? Wer ist der Mann in der Beziehung? Halt mal, du musst dir zeigen, du. Guck nicht, guck nicht auf meinen Körper, ich bin da. Man sieht uns nicht, man sieht uns bloß bis hier, lass uns mal runter gehen. Willkommen bei Stupide Sachen machen mit Justin und Alex. Und wir beide springen jetzt da rein, das ist ein Baggersee. Scheiße, man sieht's nicht, wenn wir morgen mal in hellen Filmen. Ne, da bist du nicht mehr da, aber egal. Wir blenden einfach mal ein Bild ein von dem See, weil ich... Gibt's ja bestimmt bei Google. So sieht der See aus. Guck nicht, wie scheiße kaltes Wasser ist, renn einfach rein. Okay, und? Wenn du einen Rückzieher machst, ich kill dich. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Komm mal, Alter, wir sind weh! Was nimmt da? Ne Poje, ne Poje, ne Poje! Ne Poje! Oh mein Gott! Wir müssen doch runter Wasser gehen. Willst du, wer das tut? Ja, das kann ich doch drücken. Scheiße! Eins, zwei, drei. Wow, geil! Schon wieder ein Tanster! Wuhu! Ich kann nicht los sehen! Wuhu! Ich kann nicht los sehen! Oh nein! Schon wieder ein Sabster! Guck mal! Wuhu! Ist eklig! Wuhu! 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 Wir haben's gezahlt, Alter! Wuhu! Wuhu! Der Aktion tut. Es ist scheiße kalt! Was ist das? Es geht eigentlich? Es geht wirklich nicht! Es ist scheiße! Es ist gar nicht so kalt! Ich hab's ziemlich vielen erzählt, dass wir das machen und alle haben gesagt, ey Alex, das bringt dir nicht! Das ist doch viel zu kalt und... Du weißt schon, dass das unser Echo ist. Hauke! Hauke! Ram! Das ist der Hammer. Stein! Hallo! Alter, geil! Alter, wie geil ist das? Siehst du? Ich flippe aus. Geil, Mann! Ey, hört man das auf der Flip, das wäre so der Hammer. Hauke! Alter, ich kann nicht mehr durch den Hammer. Eins, zwei, drei. Hauke! Gott, Ruhe! Geil! Schauen wir, Kameras, ich habe meine Füße auf dem Wagen. Gut, ihr könnt nichts dagegen tun! Boah! Scheiße! Alter, der Justin hatte gerade seine Füße auf dem Sitz. Ich habe es nie mal gemerkt. Er hatte die Füße auf dem Sitz. Ich habe es nicht mehr. Er hatte die Füße auf dem Sitz. Ich habe es dann danach vergessen. Scheiße! Das war vor zehn Minuten und dann hat er noch so auf Spaß gesagt. Ja, Alex, höhö, weißt du noch damals, als wir im Zug saßen mit Lukas? Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber das hast du gedacht. Das habe ich nicht gedacht. Du hast es gedacht. Ich habe es gedacht. Das hast du gedacht. Ich habe es gedacht, dass du es gesagt hast. Und ich musste 15 Euro zahlen, weil ich meine blöden Füße auf dem Sitz hatte. Was passiert fünf Minuten nach dem Schatz, wenn es sagt? Es kommen Kontrolleure. Und jemand sieht, wie ich weiß, ob ich das nicht. Es kommen Kontrolleure und der sagt echt, dass Katzen seinen blöden Scheißfuß von dem blöden Sitz runter machen kann. Das hat er nicht gesagt. Ja, aber ich sage es. Jetzt halt ein blödes Maul. Das hat er nicht gesagt.